Niedrige Zinsen, bewegte Märkte, Verunsicherung, schlechte Zeiten für Sparer. Nicht für Anleger des offenen Immobilienfonds Westinvest Interselect. Das zeigt der Abschluss des aktuellen Geschäftsjahres. Er weist eine Rendite von 2% aus. Zuletzt wurde 1 Euro pro Anteil ausgeschüttet. Diese interessante Geldanlage ist ein Konzept der Deka Immobilieninvestment. Sie sollte Bestandteil eines jeden Anlageportfolios sein. Besonders für den langfristigen Vermögensaufbau. Gewerbeimmobilien in Top-Lagen in Deutschland und Europa werden von den Deka-Profis gemanagt. Ständige Optimierung ist das Ziel. Unsere Ziele für das abgelaufene Vorgeschäftsjahr haben wir erreicht. Der Nettomietertrag wurde gesteigert, die Nachhaltigkeitsquote weiter ausgebaut, auch die Vermietungsquote hat sich erhöht und die Portfoliooptimierung wurde durch drei Verkäufe und zwei Ankäufe weiter vorangebracht. Wir gehen daher auch für das neue Vorgeschäftsjahr 2015-2016 trotz eines aktuell durchaus anspruchsvollen Marktumfeldes von einer weiterhin stabilen Performanceentwicklung aus. Im Kalenderjahr 2014 konnten rund 250.000 Quadratmeter neu und weiter vermietet werden. Aber nicht nur die Vermietungsleistung wurde gesteigert, auch die Quote der nachhaltigen Greenbuildings. 53 Prozent des Bestandes erfüllen nun die hohen Anforderungen der Zertifizierung. Mit dem Ankauf Bar Tello in München und dem Greenbuilding Hackisches Quartier in Berlin ergänzen seit Frühjahr 2014 zwei weitere Immobilien in Top-Lagen den Bestand. Immer mehr Mieter legen großen Wert auf nachhaltige Gebäude. Hier mitten in Berlin liegt das Hackische Quartier. Es wurde 2014 für den West-Invest Interselect erworben. Es trägt das Nachhaltigkeitssiegel Lead Gold und hat modernste Ausstattung. Beides Anmietungsvoraussetzungen für die Mieter und das führt dann letztendlich zu einer Vermietungsquote von 99 Prozent für das Objekt. Der Ausbau der Nachhaltigkeitsquote ist geplant. Ebenso eine stabile und marktgerechte Performance-Entwicklung. Dies ist die Voraussetzung für solide Renditen. Auch in Zeiten niedriger Zinsen. Ein Teil dieser Erträge ist sogar steuerfrei. Seien Sie dabei. Das ist die Voraussetzung für die Mieter und die Mieter.